Batterie schwach! Ja! Es läuft, würde ich sagen! Dann werde ich jetzt mal eben die Batterie wechseln! Guten Morgen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns! Meine Schwester ist dabei und hier hinten ist der süße Milan dabei. Wir fahren jetzt zum Turmbaumarkt, weil wir da schon einige Sachen noch für die Nursery brauchen, Abdeckfarbe brauchen wir, um die Wände noch farbig zu machen und ja ich freue mich halt total, dass das jetzt auch endlich langsamer sicher Gestalt annimmt und weitergeht und ja genau da freue ich mich jetzt riesig drauf. Deswegen haben wir überlegt, dass wir euch heute wieder ein Stück weit mitnehmen durch unseren Tag. Also wir werden nicht nur zum Turmbaumarkt fahren, sondern wir werden auch noch einkaufen fahren und wir müssen noch in die Stadt. Ich muss auch noch mal wieder bei meinem Postfach vorbeischauen. Da ist der süße Milan und wir werden ihn jetzt erstmal in Ruhe auspacken, also wir werden den Kinderwagen rausholen. So, dann werden wir dich hier mal abschnallen, mein Schatz. Es ist so warm, dass wir die Decke gar nicht brauchen. Dann werden wir nur das Schnuffeltuch ein bisschen so drüber machen. So, dann sind die jetzt dran. Ich wollte hier nachher an die Kuppel legen und dann zersankt sich jetzt los. Vielleicht fühle ich mich hier auch noch schön. Hallo Traum. Hallo Traum. Ich bin ja der Grillmaster. Auf Desaster. Ich bin ja der Grillmaster. Ich bin ja der Grillmaster. Der ist schön. Der ist cool. Der ist ja der Grillmaster. Der muss jetzt hier drin sein. Bingo. Ja, auf der anderen Seite sind wir auch, aber für den Alpin oder so. Ja. Genau, das wollten wir haben. Wir wollten auch so schwarz hier haben. Schwarz, genau, brauchen wir auch. Und alle so jetzt schwarz. Also wir nehmen dann die zwei Abtunfarben mit. Und ansonsten nichts mehr. Also weil die Farbe, die du ja in deinem Schlafzimmer hast, die wollen wir ja ein bisschen mit Weiß verdünnen. Und dann wird das ja ... Ja. Gut. Dann lass uns jetzt mal eben noch mal gucken. Pflanztutus. Da würde ich nämlich auch gerne gedellt. Oh ja, jetzt brauchst du eine ungedellte. Ja. Ich verzeihe schließlich auch viel Geld dafür. Ja. 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 Das ist mir auch mein Freund Monique, die Rolle separat. Wo ist der mein Freund Monique da? Es ist alles da drin. Sie haben auch keine Karte? Nein. Dafür sind wir zu wenig hier. Falls Sie mal alleine möchten, melden Sie gerne. Ja, alles klar, machen wir. Danke. Bitte. Tschüss. Warte kurz. Hallo. Das tun wir da rein. Es gibt Priemelsarbeit mit einer Hand. Hallo. Einmal einen großen Salat. Hallo. 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 Ich war gerade beim Postfach Und wir haben Briefe bekommen, drei Stück Die lesen wir in Ruhe zu Hause Aber vielen Dank dafür, alles angekommen So, jetzt aber Oh, ist das ein süßes Schlauch Das erinnert mich an, als ich so klein war Ja, ja, ja Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Finde ich auch Kommen Sie noch mit? Ja Kommt ihr mit? Mach's so! Ja! 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 Wir sind gerade noch hier alles am einpacken, Milan müssen wir gleich auch noch ins Auto Eigentlich müsste ich denen sogar noch was zeigen, was denn was du noch bist. Guck mal was da hängt. Da. Sie ist also mein aller aller größter Fan. Gar nicht wahr. Wohl. Ich sammle nur. Das ist ja auch mein Werk. Oh Mann ey. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und wir packen jetzt alles in Ruhe aus und ich würde sagen, wir beenden hier jetzt auch das Video. Ich denke mal, wir haben echt viel Material zusammen bekommen. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da was zusammengeschnippelt bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Also bis zum nächsten Mal ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. And this can be the end. I won't just settle for being your friend. Our broken bond is not too late to me. Tschüss. Ich binmprepedor школ und der BVO bis zum nächsten Mal. Annyeongchang ich doch mal, mit uns wieder trainieren. Vielen Dank.